Das Frühlingshungerblümchen ist eine Pflanze, die man schon mal übersieht, denn sie gehört zu den unauffälligsten Pflanzenarten. Dennoch ist sie unter den Kreuzblütengewächsen, zu denen sie zählt, die häufigste Pflanzenart. Zu den Kreuzblütlern zählen übrigens auch alle Kohlarten, der Rettich und somit auch das Radieschen. Das Frühlingshungerblümchen erscheint mit seinen kleinen Blüten im März und blüht bis in den Mai. Die Pflanze wächst einjährig 2 bis 25 cm hoch und hat eine Grundrosette, an der man sie gut bestimmen kann, sofern man diese Rosette sieht, denn sie wird oft von anderen Pflanzen überwachsen. Der Stängel ist unverzweigt und blattlos. Man kann das Pflänzchen schnell mit dem behaarten Schaumkraut verwechseln. Allerdings ist die Blattform ein gutes Bestimmungsmerkmal und beim behaarten Schaumkraut wachsen auch Blätter aus den Stängeln. Und wie viele Kronenblätter zählst du? Äh, acht. Eins, zwei, drei, vier. Schau jetzt mal genau hin. Ah, es sind vier und die sind in der Mitte gespalten. Genau. An seinen Wuchsorten breitet sich das Hungerblümchen meist in Gruppen aus. Seinen Namen trägt es deshalb, weil es oft auf hungernden Flächen wächst, sogenannten Hungerböden. Das sind nährstoffarme Flächen, auf denen in der Landwirtschaft wenig Ertrag zu erwarten ist. Der botanische Name ist Draba verna. Verna aus dem Lateinischen bedeutet Frühling und Draba kommt aus dem Griechischen, denn Drabe war damals und dort der Name dieser Pflanze. Bestäubt werden die Blüten von Insekten nicht so häufig, daher schließt das Hungerblümchen seine Blüten, um sich selbst zu bestäuben. Dies geschieht bei Regen und nachts, teils aber auch schon am späten Nachmittag.